Musik Einen schönen guten Morgen hier aus dem Kieler Hafen. Wir sind frühmorgens kurz vor halb sechs. Ja, die AIDA hat gerade hier den Einlauf, den letzten glaube ich, mit in dieser Saison hier bei uns in Kiel gehabt. Und wir werden heute mal ein Schiff ausslippen und einmal in den Nord-Ostsee-Kanal dafür hineinfahren. Ja, spannend. Das allererste Mal für mich und damit beginnt der Vlog. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wir sind jetzt hier gerade direkt vor der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals. Eine ist jetzt gerade aufgegangen, ein Schleppverband scheint jetzt gerade raus zu kommen und mit uns soll ein Frachter gleich in die Schleuse einfahren und ich bin echt gespannt darauf, wie so eine Schleusung hier so richtig funktioniert. Ja, der große Frachter ist jetzt hier in die Schleuse gerade eingefahren und wir und ein paar andere Segler, die hier auch warten gerade, werden uns dann wohl anschließen. Ja, der große Frachter ist jetzt hier in die Schleuse. Ja, der große Frachter ist jetzt hier in die Schleuse. Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020